Ich hab's geordert. Bitte lokalisieren Sie es da. Ich hab's geordert. Mhm, bitte lokalisieren Sie es, wenn es bereits geordert ist. Total logisch. Ah. Okay, das war das zweite und irgendwo muss noch ein drittes sein. Wie komm ich denn da hoch? Äh, da. So. Energy Tank. Ich glaube, ich kann da einfach ganz locker, äh, lockerflockig mit der Skewer-Tank rüber. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Energy Tank. Unser zwölfter. Wunderbar. So, wo ist jetzt dieser Raum? Da. Ich will wissen, was dort ist. Geheimnisse. Items. Missles. Energy Tanks. Whatever. Mhm, mhm, mhm. Fail. So. Nein. Jetzt darf ich den Weg wieder rauf bringen. Aber ich finde, ich habe beeindruckend wenig Missles. Also das muss man mal anmerken. 115, das ist ja gar nichts. Aber die werde ich schon noch finden. Und natürlich kann ich von hier aus nicht darüber. Mhm. Klar. Ja, warum mal? Nicht Item kriegen? Ne, natürlich nicht. Super. Also, naja, dann gehen wir weiter. Dann müssen wir da von der anderen Seite hin. Genau, von hier. Was, 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 was war denn das? Achso, ich dachte, da wäre das Blaue. Das ist ein blauer Raum, den ich noch nicht erkundigt hätte. Nervt nicht, Leutchen. Es gibt so Let's Player, die klöpfen sich jeden einzelnen Gegner nacheinander vor. Ich hätte im Leben nicht die Geduld für sowas. Ich suche lieber nach Wegen, wie ich Gegner umgehen kann. Stürzsegle! Stürz, 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 stürz. Stürz, 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 stürz. Okay. Ich bin doch nicht doof. Doch bin ich. So. Jetzt sind wir hier. Da ist jetzt ein Raum. Da war ich noch nicht, weil ich da noch kein Eisbeam hatte. Äh, mhm, Eisbeam. Weil ich da noch kein Leitbeam hatte. What? Und du warst nur ein Gegner für mich? Das war die Geschichte. Wo geht's jetzt lang? Hinter mir. Ach da. Ja, wenn man die Augen aufmacht, ist man immer im Vorteil. So, was findet sich hier Schönes? Ein Item. Müssl. Und sonst nichts? Wirklich nicht. Okay. Dann geben wir, das da ist ein Aufzug. Das weiß ich, dafür brauche ich keine Powerbombe verschränken. Also, das da ist ein Aufzug. Ähm, ich muss jetzt darüber. Ja. Einfach wieder zurück. Jetzt habe ich 120 Missils. Schon mal einen Vorteil. Eine Verbesserung. Oh Gott, was labere ich manchmal zusammen bei Netzplans. Gibt's ja nicht. Die Viecher können mir anscheinend nichts anhaben, wenn ich... Ja, super. Wenn ich Boost Ball hab. Ein Boost Ball. Wenn ich Boost Ball verwende. Ein Deutschmann. Soll ich nicht nur... Halt, 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 Halt. Ich meine mich zu erinnern, hier wäre ein Icon. Ja. Und? Denzium. Ich hab's kaputt gemacht. Was ist denn das? Ach, Powerbombe. Na dann. So, von wo kam ich jetzt? Ich muss geradeaus. Aber ich meine, dass ich das nicht schaffen werde. Natürlich nicht. Das schaffe ich im Leben nicht. Also, wieder zurück. Mit der Screw-It-Up. Bass. Ein paar Instant-Fügel gekillt. Noch so'n Raum. Jedenfalls ist das ein Transporter, den ich jetzt nicht brauche. Was ich brauche, ist ein Cut. Was ich brauche, ist ein Cut. Bis gleich.